Das ist schon länger hier. Okay. Ist das schlimm? Nein. Ausprobieren. Ausprobieren und dann weiß man es. Es ist auch definitiv eine Bereicherung fürs Leben. Egal was man danach damit macht, ist es eine Bereicherung für einen selber, für sein Leben. Und man muss ja danach nichts machen, aber es ist definitiv eine Bereicherung. Mein Name ist Sabine Schwarz, ich bin Hotelfachfrau und übe diesen Beruf auch aus. Zur IPE bin ich gekommen, durch eine Freundin eigentlich, die ihr Kind bei einem Coach hatte. Wahnsinn, es macht ganz viel mit einem. Also Wahnsinn, vieles weiß man gar nicht. Also was mich total beeindruckt hat, war die systemische Aufstellung. Ich habe das selber auch schon mit jemandem ausprobiert und das ist einfach unglaublich. Wenn man diese Figuren auf dem Tisch sieht, was die mit einem machen und was die auch mit mir gemacht haben, das war einfach unglaublich. Also es ist unglaublich, die Atmosphäre. Man kommt rein und es ist wie in einer großen Familie. Einfach man fühlt sich geboren, warm, warm. Ja, man gehört dazu. Es ist unglaublich. Es ist eine totale Energie im Raum. Also es ist Wahnsinn. Total schön. Also das war mein größtes Problem, weil ich habe gedacht, okay, das kann ich mir alles gar nicht merken, was da in dem Seminar auf mich zukommt. Aber es ist unglaublich, wie Daniel das einem beibringt und durch diese praktischen Übungen und das ist einfach unglaublich. Also das ist der Wahnsinn. Ich habe es noch nicht so genau kapiert, wie er es macht, aber es ist einfach der Wahnsinn. Man hat alles, er sagt immer, es fällt alles an den richtigen Ort und so ist es auch. Am letzten Tag macht es klack, klack, klack und alles kann man. Bis zum nächsten Mal.